Battlefield 5 hast du da auch? Wollten wir auch mal zusammen zocken? Ja. Lass uns schnell hin. Ich bin an der Wand. Schon durch? Ich bin unter der Brücke, ja. Da steht ein Skeff zwischen den Zapfzölen. Hast du ihn? Nein. Ich seh ihn nicht. Er ist am Eingang von der Tanke. Jetzt ist er gefallen. Alter. Kommen wir. Der geht ja nach hinten. Ja. Ich bin hinter dem Tanklaster, also dem Sattel. Ne, wie sagt man? Aufs Auflieger. Ich bin durch den blauen Zaun schon durch. Okay. Ich würde eigentlich zurück gehen, Mensch. Können wir mal kurz dir einen Baum angucken? Achso, ja. Hier ist nichts. Ups. Halt so vorne Checkpoint, so die Richtung. Hast du noch so ein optimales Cobra wie das Ding heißt? Nö. Gut. Nur ein erbärmlicher Skeff, Mann. Komisch, ne? Ja. Ja, das ist, weil du die Quest hast, dann. Das wollen die einfach nicht. Dann wollen die nicht. Aber... Keine Ahnung. Das kann ja nicht sein, Mann. Weil die anderen Spieler können ja nichts dafür, dass du die Quest hast. Aber irgendwie... Das glaube ich auch nicht. Das war nur... Was ist immer so? Als Spaß gelten. Ja, aber es fühlt sich halt so an. Mhm. Ja. Was? War der oben? Der ist oben, oben, oben. Der ist oben, oben drauf, oben. Achso. Das habe ich gehört. Oben auf dem Dach. Jawoll. Ah, okay. An den habe ich jetzt überhaupt nicht mehr gedacht, aber... Ich auch nicht. Das war das, was ich auch metallisch gehört hatte von der anderen Richtung. Ja. Oh, da rennt er auf der Straße vorne rum bei mir. Okay, in Deckung. Ich komme gleich vor. Der steht jetzt rum, blöd. Ja. Müsst du tot sein? Ja. Oh, hinten ist noch einer. Gehen wir ins Haus rein, no? Ja. Ja. Oh, hier. Hier sind sie drinnen. Ja. Was ist denn hier für ein Geplopper? Ja. Da steht ja hinten, da hundere Sonnen. Nigodäi Gatte, geh hier, du Scheiße! Scheiße! Oh! 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 Das hat er sich verdient. Oh, hinten war doch sein Kumpel! Das waren Zweier, ja. Ich muss mal. Ich verschieße eine gute Munition, Mann. Oh! Warte mal einen Rucksack mit. Einen schönen Leuchterrucksack. Mit Alarmknopf. Bester. Mhm. Ich bin oben im, äh... Greenscreen wohnen. Warte mal bleiben, ich muss mal tierisches Pissen gerade. Ja. Ich bin gleich wieder da. Der Reingang ist hier. Ich hab ihn gehört von drüben, von Crossroads. Ey, Crossroads, Checkpoint, eigentlich. Ey, wo die jetzt hinlaufen, Alter. Die laufen Treppen hoch und stehen hinten an den Wänden. Echt? Ja, richtig. Kleine Ärsche. 25 Stück, das ist ganz schön. Was ist das gestört? Oh. Ach, das war und der hatte ja nicht auch Schuss. Aber ich dachte, da liegt jetzt da einer und ähnlich. War gängig aus. Ist nichts, ja? Können maximal noch vor zur Tanke gucken, ne? Wollen wir hinten lang laufen? Jo. Hm. Ich bin erschrocken. Benji eigentlich auch. Aber er ist so großzügig. Dafür mache ich mit ihm nachher auf Reserve noch ne Quest. Ja, ich müsste ja wieder diese blaue Uniform anziehen. Da habe ich keine Lust jetzt drauf. Mhm. Meine M4 liegt ja auch irgendwo im Dreck. Ja, das stimmt. Ja, die hätten schon rumgeplägt, ne? Ja. Die haben Stash. Ich gucke mal rein, ne? Mach das. Unterm Benzintank. Ich sehe ihn nicht. War da... Vielleicht ist er rüber gelaufen auf die andere Seite. Ach doch, der ist da oben. Da ist links. Und brät sich wie verrückt im Kreis. Okay. Was ist das? Dann gucke ich nochmal zur Bushalne und dann... Mhm, genau. ...sehe ihn bestimmt besser. Jetzt, jetzt. Ist er vorne an der Ecke. Ah, ja. Dann fährt er zum Durchgang. Ich hätte mal gucken sollen, ob ich... Wie viel ich schon erschossen habe. Er hat sich nämlich hingelegt. Ich weiß nicht. Muss ich vorne nochmal... Was ist los? ...an der Bushalne gucken. Mhm. Wo bist du, Benji? Auf dem Hügel vorne. Ah, okay. Ich gehe mal zur Bushalne-Stelle. Achso, ja. Ich komme mit. Ist der tot? Hast du einen Scope bei dir drauf? Nee, nur so einen Rückpunkt. Ja. Aber er zuckt nicht mehr. Nee, der hätte uns schon beschossen, glaube ich. Alter. Boah, ich bin erschrocken. Der Knack war doch auf Einzelschuss, oder? Ja, das war ja mit Absicht, weil ich den Sniper umschießen wollte. Ist ja okay. Nee, aber nicht für den hier wahrscheinlich, ne? Alter. Ich war... Das sind zwei auf jeden Fall. Oho. Da schießt du noch aufs Geft da oben. Der hat sich gedreht. Also ist er doch noch am Leben. Ja. Achtung, Max, ich glaube, es kommt da einer von oben um die Ecke. Ja. Das ist ja hinten am Zaun. Mhm. Da war ich, Maxi. Er ist umgefallen. Oh, hier kommt noch einer durch den Durchbruch, glaube ich. So blöder Sniper ist. Er ist weg. Er ist weggelaufen wieder. Warte, jetzt guck ich mal, wie viel ich hab. Zehn. Der war nicht hinterm Zaun, der war auf dem Grundstück, der Trottel. Oh, ich dachte, da ist hinterm Zaun. Das ist hier ruhig. Der war noch einer, ne? Ja, den hab ich gerade. Reinst du denn was besser hier rein oder hinten rum rein? Hier rein, ne? Schleifel ist denn der dritte hoch? Oder? Naja, es ist doch egal. Ja. Eigentlich ist egal. Wenn da einer wartet, dann ist auch schon die Tür auf. Schrecklich. Schleifel. Was für komische Kopfhörer? Comtech 4, nie gesehen. Kennst du die? Ja, die sind relativ neu. Ja. Die sehen so komisch aus. Ja. So halb. Mhm. Wähl der Hälfte. Der Raum auf. Ist das? Ne, er ist zu. Oh, kacke. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Dann würde ich jetzt rüber zum Construction gucken, Benji. Mh, mh, nackt auch. Komm mit. Boah, was ist denn das? Da hätt ich schon mal auch die scheiß Ketten mitnehmen können, ich voll Idiot. Ja, ich hab mir nen Rucksack liegen lassen. An der Busselle ne Stelle. Wo bist du raus? Und da fähre ich hier was bestens gefunden. Ich bin runter. Mittel, mittel. Mittlere Treppe runter, ja. Ich hab auch die Comtec 4 jetzt. Aber da gehen wir nochmal rein und dann hast du's ja schon fast. Ja. Oh, da vorne ist noch ein Kev. Cool. Ui, da steht der Blöde rum. Ein Trätsisch, wie vorig. Nein. Uh, der kommt zu mir. Okay. Gehen wir mal kurz über den Prairie. Ja. Oh, ich falle natürlich runter. Das ist ein Notbild des Gästers zur Straße. Hinten an der Dings könnten noch welche sein. An der Garage. Und hier. Ja, sieben Minuten, das schaffen wir locker, Benji. Was war das? Hat sich angezettet ein Auto gerufen? Hast du's gehört? Ne. Nix gehört. Oh, hier schleicht was? Hier ist ein Skev. Mhm. Los. Oh, zwei sogar. Allons hier. Oh. Oh, oh, oh. Ist ja klar. Gehen wir mal. Oh, nein. Vorne am Panzer ist auch noch rein. Nö, wo hast du Bescheid? Bin wenigstens von dir. Da ist noch einer nachge- Das hat er mich erwischt anstatt nicht. Ich hab mir aber Arme geschossen, warte lass mich, lass mich. Ja ja, ich hab mich nur versteckt. Okay. So den am Panzer hab ich auch schon klar gemacht. Waren als alle sozusagen. Wer los ist. So dann kommen wir jetzt hier unten rüber und auch schnell in den Garagen auf dem Weg. Ich hab hier nämlich letztens mal so ein Partyarm Reparaturset gefunden auf der Palette. Aber wir müssen uns bei hin, wir werden noch 5 Minuten. Ich bin schon hier. Ich renne rüber in die Garage und da hinten zum Dings raus. Das sollten wir noch schaffen in 4 Minuten oder? Wir können doch hier Ruhe auf Rotblock raus. Das ist auf jeden Fall offen. Na ja, gehen wir da raus. Musiker, wir können doch noch rein. Nicht, dass wir hier noch drauf gehen. Hör auf. Na ja, gut. Er war auch ordentlich und gerade schön jetzt hier hinten an dem Exit noch schön welcher. Ja. Das waren ja einige. 5 Stück bestimmt. 16 Stück hab ich gemacht. Super. Fehlen nur noch 9. So noch 9. Das machen wir doch jetzt in den nächsten Raid. Ja hoffentlich. Es war ein schöner Raid, also recht ruhig für uns. Ja. Von den anderen Spielern haben wir gar nichts gesehen und gehört. bis zum nächsten Mal. Pause. Bis zum nächsten Mal.